Mein Name ist Christoph Meissenmacher von Remax Premium Trier. Ich stehe hier in Mettlach-Thünsdorf in einem Einfamilienhaus mit einer Grundfläche von über 1300 m2. Lassen Sie sich überraschen von den Bildern, die folgen. Ich hoffe, Ihnen haben die Überraschung. Wenn Ihnen die Information gefallen, kontaktieren Sie mich bitte mit den Daten, die am Ende des Films durchgegeben werden. Christoph Meissenmacher von Remax Premium Trier.